So, nochmal ein weiterer Versuch, Hunted aufzunehmen. Äh, die letzte Zeit, die letzte Zeit haben wir nicht solche Grafikfehler gehabt. Ne, die letzte Zeit hatte ich nicht wirklich Zeit dazu, Hunted aufzunehmen. Habt ihr auch gemerkt, wir hängen immer noch bei Part 6 mittlerweile. Ach ja, und wir können hier auch unsere Sachen noch verbessern. Dann, Britzel. So, 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 wir haben vier Stück, das ist schön, das ist, schön, schön, obtained to. Ach so, man kann das für jeden Charakter wahrscheinlich selbst haben. So, dann machen wir das, wie ging das nochmal? Ähm, auf eins. Confirm. So, und bei ihr haben wir noch nix. Fireblast, Active Burst. Hm. Solid. Ja, brennen. Brennen sollen sie. Brennen ist immer gut. So, was können wir da noch verbessern? Improved Radius. Lassen nach 2 Fire und größerer Radius, damit wir auch mehrere Leute treffen. So, äh, anscheinend ist das so, man kann hier die einzelnen Skills, seht ihr ja hier, Skillbaum, kann man sich die dann holen und auch noch minimal verbessern. Äh, was ich hier gerade bei Cadog gemacht hab, ja, kann man hier auch verbessern. Improved Damage, Improved Duration. Und, äh, warum ich das gerade direkt gemacht hab, ohne euch davon zu sagen. Ich hab vorhin schon mal versucht aufzunehmen, auch mit, äh, geringerer Einstellung, aber das hat mich so hingehauen, wie ich es hinhauen sollte. So, jetzt packen wir mal wieder den Cadog aus. Und dann schauen wir mal, wie wir hier jetzt weiterkommen. Was war das denn jetzt wieder? So, Moment, ich muss jetzt erstmal in, Kontrolls. Äh, Edit Keys. Edit. Äh, was hab, Use, ach so, das war Magic. Health Potions sind R. Gut, nochmal zu wissen. Ist ne Zeit her. Help me! So, gut. So, gut. Effektiv, was gebracht hat, das ist jetzt schon nicht. Komm mal runter. So, und ich muss das gerade wieder ein bisschen gelieb machen. Das sind so viele, die Stimmel, die Stimmel, die Stimmel, die Stimmel, die Stimmel, die Stimmel. Das ist das, was wir machen. Interessiert ihn überhaupt nicht. Ist nicht schlimm. So, gehen wir mal weiter. Kommen wir nicht durch. Und... Schauen wir mal, was hier ist. Hier ist ein Katz. Oh, fine. Muss nicht witzig werden, jetzt kommt noch. Selber schön, wenn die auch so nah dran stehen. Naja. Hätten wir ja von vornherein auch schon sehen können, was da passiert. Wir werden hier schon ein Mist. Äh, oh, besuchst du noch mal. Kommen wir mal. Jetzt ist hier keiner drin. Da habe ich nichts gegen. Gehen wir mal die Treppe hoch. Und besuchen da mal ein paar weitere Leute. Auf mich mal. Ja. Ja. So. So. Und wenigen wir uns schon mal debieren. Was ist das? Was ist das? Okay. Ist ausgeprägt. Schön. So. Heilen, heilen, heilen. Wir hängen auch in der Lute. Gut. Gehen wir mit diesen Arten. Ja. Ah, und einmal den... Ah, genau. Oh, okay. Haben was leuchtend. Was ist das denn? Das ist eine Lampe, ne? So, Heilung haben wir jetzt auch wieder. Wie wir jetzt die Magie benutzen können, weiß ich ja jetzt auch. Hallo, schöne Dame. Und sie hat jetzt auch wieder was zum Heilung. Die macht das auch schön automatisiert. Und, äh, ja, schön, schön. Neuen Schild kriegen wir, das ist super. Dann wird's jetzt wahrscheinlich schon ein kleines Gebäude-Fight-Spielchen. So, das war nochmal Deckung, das ist gut. Dann leuchtet etwas ominöses. Und... Getrefft. Und nochmal getrefft. Da ist kein Gegner, aber dort. Aber den treffe ich wahrscheinlich gleich. Bei mir. Ah! Ah, du bist so. Ach, so, du bist schon drückt. Hier leuchtet es aber auch was. Was? Ah, ist das Gold oder was? Es ist wie es riechend ist. Oh, ja. So, Tötung. Tötung ist vorbei. Schade. Hab ich ja nichts mehr vorgelegt. Hm. Achso, kann man nochmal healen, wenn man braucht. Ne, ich weiß es nicht. Okay, jetzt muss ich das nochmal zum Aufstocken. Hat der Leben noch? Gut. Hat jetzt aber nichts gebraucht, ne? Achso, dass der auch mit hat, so um zu prägeln. Um zu ölen, um zu prägeln, wenn er so... Weitere Schaden suchen wir einfach mal gegen hier im weiten Tal. Oh, man. Das ist, äh, Gold. Gold. Ich hab es aber nicht gesehen, wo das so zugefunden wurde. Ja, schön. Ein weiterer ganzen Kristall. Ne, ne? To unused, das ist schön. So. Hier hätten wir wieder engst zu verhalten. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, das reicht mir jetzt. Hammer. Das ist für Schaden. Hier draußen lag doch noch etwas zu heilen. Wie quackt ihr euch denn nochmal lau... Ah, ne, mit Leertest du war das, ne? Ah, wunderbar. Ich erinnere mich langsam an die Sprengel. Das ist schön. Das ist... So, was ist das? Wie hat der mich dazu getroffen? Blöde Sau. Blöde Kackspanzen. Das ist nicht mehr feierlich. So, die verschwinden nach einer Zeit. Das ist auch interessant. Ich bin vielleicht stärkend geschlagen. Den haben wir jetzt auch nicht mehr. Ganz wieder für unsere Madame-Freundin. Äh, das ist wieder Geld. Und da sind wieder Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. Irgendwie mit dem, äh... Was ist das? Achso, mit Toten reden wieder. Ah, ne, hä, das war Sprink... Hä, okay, gut, gut. Ich passe mich dem... Spiel... Ja, sehr schön. Das Spiel ruckelt sich gerade ein zusammen. Aber jetzt geht's hoffentlich schon wieder. So. Ich hab, äh, erstmal wieder die ganze Zeit vergessen, dass wir hier auf Hardcore spielen. Und dass ich eigentlich etwas vorsichtiger spielen müsste. Wenn ich wirklich überleben will. Aber, pfff, das ist jetzt einfach mal... Blödsinn, blödsinn. Kleines Mühlein. Kann man das aufmachen? Hm, anscheinend nicht. Aha. Haha, wie recht er da hatte. Sie sehen aber auch aus wie normal, wenn ich... Einfach mal blöd reinschießen, wie ich jetzt auch... Ja, besonders schnell... Oh, das ist ja ein bisschen zu sein. Das muss ich jetzt gerade sagen, wo ich jetzt eine Reise gibt habe. Ja, das... Alara! Ach, die Kamera schweiß. Ach, die Kamera schweiß. Oh, das ist ja auch gar nicht so reich. Ich muss erstmal gleich in das Spielsystem reinkommen. Und was mir auch aufgefallen ist, äh... Ich werde vier LPs an einem Stück nie mehr machen, weil das ist so viel Aufwand, das ist so viel zu machen. Und vor allem, wenn ich alles dann erstmal aufgenommen habe... Muss ich das Geld einsammeln... Und... Achso, wir haben jetzt 490. Da muss ich alles natürlich dann auch immer hochladen. Und wenn ich immer ein paar von jedem Spiel am Tag hochlade... Dann kommen wir schon so auf... Vier auf fünf oder vielleicht sogar sechs Stunden Hochladezeit, die ich dann auf dem Backe habe. Nur das Problem ist, das kann ich auch dauerlich machen, weil ich habe natürlich hier auch noch... Meine Familie, meine Eltern, meine Brüder... Die wollen natürlich das Internet auch alle nutzen. Und das ist dann so ein bisschen... Quatsch, die wir freuen uns. Freuen die... Ach, ja, nett. Ich muss aber auch von hier, der will auch was wieder... Ja, aber ich muss auch immer in die Richtung gehen. Ja, ich muss auch immer in die Richtung gehen, aber ich muss auch immer in die Richtung gehen. Ich muss auch immer in die Richtung gehen. Ich kacke mich gleich wieder ab. Oh, so er hat immer als Haken, glaube ich, das ist die beste Idee am Anfang. Aber das lässt sich bestimmt nur regeln, das ist doch... Ich denke, ich habe dich in die Richtung gebeten. Du kannst auch immer denken, was du möchtest. Ja, 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 ja... Und hier von Cadogh und, äh... Wie hieß die andere Tante nochmal? Muss ich gerade nochmal schauen. Äh, Home... Äh, Cadogh und... Äh, Lara. Gut. Von den beiden wissen wir ja noch nicht wirklich irgendetwas. Daher wird es hoffentlich mal Zeit, dass hier in der Story, wenn das Spiel überhaupt eine tolle Story hat. Ich weiß es nicht. Äh, ob wir dafür dann irgendetwas erfahren und nicht sagra viel zu fühlen. Äh, und, äh, und das will ich haben. Da komm ich so aber nicht dran. Auch nicht. So, und dann gehen wir hier durch. Und hoffe ich mal, dass ich bei der anderen Seite dann dran komme. Und hopp. Okay, das Blastdick-Dog ist wirklich auf meine Nerven. Das hätte besser sein, dass dein Schalthilt mich da oben stecken. Dort ist es. Na, hold E. Fuck. So, besonders toll ist unser... Anbrennen. Weil abschlagen. So kann man es nicht. Ach, jetzt hab ich schon... Nee, meh, das sollte das nicht sein. So, sondern... Kann er auch mit Sachen, ne? Nee, dann muss sie das wieder machen. Für dich? Anything. Für dich? Anything. Ja, nein. Doch. Wenn der Kerl das nicht machen kann, dann muss das die impulsive Dame machen. Ach, so, das erinnert euch schon auch mal wieder an Harry Potter. Hier an der... Wickelgasse, oder wie der es hieß, ne? Habt ihr mal Harry Potter geguckt oder so? Gesehen, geguckt, was weiß ich. So, was ist das denn jetzt nochmal? Draconteer. Draconteer. Ich erinnere mich. Das ist ein bisschen her. Draconteer's Collector 2 von 2. Ach so, das ist natürlich schön. Juhu. Also, schluck ich mich selbst erstmal. Äh, Talente. Aha, Overall Progress. Ist das jetzt aber vom ganzen Spiel, oder was? Queen Tribe Soldier. Ach, das sind die Gegnertypen. Ah. Oder? Sieht zumindest für mich danach aus. Ah, das ist ja fein. Sehr nett. Sehr nett. Also die sehen... Äh... Okay, das sind schon irgendwie menschliche. Aber irgendwie ist wohl was mit ihm passiert. More dangerous. Arcane Burst. Freezing Spills. Can help. Karak. Ja. Das war's dazu.